Als Experte für Enterprise Networking führe ich Sie durch unterschiedliche Use Cases, die wir mit Kunden der Deutschen Telekom umgesetzt haben. Mein Name ist Erik Uchitil und ich bin Teil des Kompetenzzentres für SD-WAN. Secure Your Network zeigt, wie SD-WAN genutzt werden kann, um die Netzwerke sicherer und zuverlässiger zu machen. Fast jede Branche verändert sich schneller als je zuvor. Unternehmen sind auf dem Weg der Digitalisierung durch das Umsetzen von Strategien wie Cloud-First, Zero-Trust und Automatisierung. Deutsche Telekom Smart SD-WAN ermöglicht es Ihnen, bei dieser Geschwindigkeit mitzuhalten. Unser Service basierend auf Aruba Edge Connect macht Ihr Netzwerk schneller, sicherer und zukunftssicher. Etwa durch das Ermöglichen einer Best-of-Bridge-Strategie für Sassi. Es ist kein Geheimnis, das Internet ohne Security-Maßnahmen zu nutzen, ist eine sehr schlechte Idee. Und wenn Sie sich nur auf einfache Security verlassen, wird der Testergebnis noch immer schlecht aussehen. Das ist, wo unser Service in Kombination mit einem Secure Web-Gateway-Provider Ihrer Wahl Ihren Security-Standard verbessert. Nach einem initialen Onboarding in unserem Orchestrator machen wir das Steuern des Datenverkehrs zur Security-Plattform so einfach wie einen Knopfdruck. Und im unwahrscheinlichen Falle, dass alle Tunnel ausfallen, können wir sicherstellen, dass die wertvollen Daten durch die regionale Firewall gehen, anstatt ungeschützt ins Internet zu gelangen. Sofort nachdem alle Standorte mit der aktuellen Konfiguration versehen werden, ist ein Effekt zu sehen und jeglicher ausgehender Internet-Traffic ist nun abgesichert. Wenn Sie nach On-Site-Security suchen, um die Segmentierung zwischen den lokalen Netzwerken wie Intern, IoT und Gästen zu gewährleisten, sind Secure Web-Gateways und Cloud-Firewalls einfach nicht an der richtigen Stelle, um das zu tun. Das ist der Grund, warum unser Service auch mit einer eingebauten Zone-Based-Firewall und optionalem IDS-IPS ausgestattet ist. Es ist nicht nur durch ein intuitives Dashboard einfach zu managen, Security-Templates machen es auch skalierbar, ganz gleich, welche Größe Ihr Netzwerk hat, damit Sie die Kontrolle darüber haben, was erlaubt ist. Sie wollen mehr wissen? Besuchen Sie uns unter business.telekom.com Die Sendung wurde vom 닷 phrase ins Vielen Dank.